Halt die Fresse! So, da sind wir wieder zu... Deine Mutter schickt hart nach Maggi. Kann ich den Boden langgucken heute, freut euch schon. Ich glaube, heute spielen wir ganz bestimmt nicht das 2. Ich weiß, wie ich da von dem Mew, oder? Nur mal so, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Maurice ist mit dabei, ja, echt krass. Voll den Shadow Player. Ja gut, Verlinkung gibt's nicht, hab ich gehört. Äh... Obwohl doch, obwohl die Leute dann haten können, welch. Sagt ihr bei dem Typen, der aufnimmt, der nur auf den Boden aimt? Ja was, jetzt fang das nicht so an. Okay, du sagst mal ganz kurz alle ruhig, ich sage euch, das Geld wird wieder los. Das Geld wird los, weil ihr bitte schon jetzt in die Sachen bringt, und Wasser sich nicht daran konzentriert. Ich hab ihn gehittet, weil ich... Ich hab ihn geh'n. Ich hab auf ihn geschossen, dann hab ich den hinter der Wand getroffen. Was haben wir denn? Also wir haben Elios, Nox, Monroe, Christian, Pussyfiller, Läuft! Läuft! Ich würde mal sagen, wir sind so vom Endfonds heran, oder? Soll ich P90 spielen, ganz im Match? BAM! Hier, Basti, guck nochmal, Basti, schnell! Da sind noch mehr, guck! Schnell! BAM! Was ist denn der das Scheuer jetzt? Ich weiß doch noch, was auch mit einer steht. Oh Mann! Du kniff! Mon Bro! Ja hier, zack, 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 zack. Iwesner, loll! Oh, links, 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 links! BAM! BAM! Power hebt ab! Super, nice day, macht nicht schlau! BAM! Wer ist los? Evo Max, Rush ihn. BAM! N-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! BAM! Komm mit der AK, Max! Ja, low, 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 er is low, ich bin low, wir alle sind low, man, du weißt doch, wenn der Generalprobe schlecht ist, ist der richtige Fick dann... Oh, der Kuss! Oh nein, hat er mich. W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A! Ne Waffe! BAM! Und Maurice, ich fand's dir das heutige Motto? Was ist? Ihr habt auch Motto-Wochen, ne? Ja, cool. Ja, der Asi-Zeug war sehr toll. Have fun. Voll geil war dann Willi und ich im Unterricht so, ja, Quatsch, die ganze Zeit sind mega laut, herr Baccio. Was soll die Scheiße eigentlich? Ja, Willi so, ja, wir passen uns nur dem Motto aktuell an. Was ist das, man? Kann ich mehr rein tappen? Mein Spiel tappt automatisch wieder raus. Los! Warum, warum gehen wir jetzt für B? Okay, cool. Wir gehen jetzt zum G-Punkt, Mann. Nee, ich bin wieder da. Zum G-Punkt deiner Mutter, Alter. Drei Mal, ich tappe rein, mein Spiel tappt einfach wieder raus. Nicht gewohnt. Push, hinter Big Box. Ja, push doch, ich bin schon der Erste, der stirbt. Push, ich push mit. Der ist immer noch in den Knie. Big Box, man, Max. Mann! Yo, Morisa, why do you? Ja, man, man, man. Einer kommt, Doors, einer kommt, Doors. Cutters, 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 Cutters. Zwei Low, zwei Low. Einer ist Window. Einer kommt jetzt, Doors, meine Low. Ja, natürlich, Doors gibt mir. Letzter Cutters, glaube ich. Nein, letzter war Window dann. Nee, der war Cutters. Da kam was raus. Äh, das ist ein G-Curt, ein Diegel. Alter, weiß ich nicht. Maurice, ich bin grad am Knie. Was ist die Diegel hier? Ich bin grad am Knie. Okay. Was ist, Basti? Ich hab den grad geknief die ganze Zeit. Und dann schieß ich ihn direkt ab. Leute, wo ist meine Pistole? Basti, Basti, ach, deine Pistole ist gut. Nee, einfach meine. Ja, Standard, Basti. Alter, du hattest übrigens die Dings, ne? Du hast mir, glaub ich, damit das Leben gerettet. Ich weiß nicht, aber ich hab was... Wo gehen wir lang? Long. Wow. Long? Geht A. Zwei, zwei, einer Pit, einer Pit, einer Ecke, einer Ecke. Dann ist A-Spot clear, wenn ihr über Shot gegangen werdet, wäre die Bombe schon jetzt voll. Ja, hätte ich meine Nade werfen sollen, Mann. K. K steht. K guckt. Sehr schön. Pit Pit los, fire. Ja, immer noch K. Rechte Seite. Ja, der K ist low. Ich konnt nix machen. Jetzt kommt noch einer links. Zwei sind von... Drei kommen von CT. Mann, ja, ich stecke alle im Weg, ey. Geht, 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 geht. Don't stand. Einer ist auch noch on-Spot, der ist runtergejumpen. Nee, duf nicht. Oh, mein ehrlich, nein. Oh, unser ne. Alter! Ja, schaff ich nicht. Ich knief! Weißt du, ich shantier, ne? Knief so einmal, ihr merkt mich nicht, und der kniep ihn einfach noch mal, Mann. Jonas AVP. Wie ich den gekriegt hab, Max, ne? Willst du, Jonas? Ja, war schön, Anton. Schön. Ja, aber nur war ich den Gefressen. Ja, aber nur war ich den Gefressen. Oder sowas. Du hast Short gehen, Mann. Loi, Mann, wie der nicht steht. Jonas, du hast Bombe. Bei B. Ja, ja, alles safe. Du wolltest dich jetzt alles sagen. Ey! Ja, ja, alles gut. Was bist du denn da? Ich messe die Kiste! Mann! Oh, Basti. Oh, einer down. Jonas, das war ein super Job, wirfst die Bombe vor Ort. Ich, ich flash A, ich flash A. Oh, einer ist noch, einer ist noch. Echt? Ist geflasht. Wenn ihr mal aufhör mich zu blauen? Ah, da ist noch Goose-Eck. Goose-Eck. Hoch unseren Eck. Jonas, Jota. Einer ist hinten. LOL! Der war auf dem Kopf! Nein, der ist schon down. Nein, der ist schon down. Nein, der... Hier dieser eine Typ, der eh den Hart hat oder der hat mich geholfen. Hinten ist nur einer. Also entweder hinten oder CT kommt. CT hab ich auch... Also Short oder CT. Ist letzter. Ja, Jonas guckt Short und... Ne, Jonas guckt langweilig und ihr guckt Short und CT. Langweilig. Ja, der Short, 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 short. Guck mal, mal der Awe zu. Ähm, ja, Maurice guckt mal CT. Der wird vielleicht CT runterspringen. Der ist ja mal ein... Er ist noch nicht... Er ist noch nicht... Er ist noch nicht runtergesprungen, ist noch nicht. Das heißt, der guckt wahrscheinlich CT. Ja, Maurice bleibt genau da. Jonas push ihn nicht so hart. Wenn... Der hatte ne M4, ne? Safety dann mal. Maurice hat nen guten Skin. Hat ne AWP. Ja, Max kann sein... Seid mal ruhig, seid mal ruhig, seid mal ruhig. Ne, kann er nicht. Man, der Safety M4, hoeren Schritt. Guck mal, Max, guck mal. Nein, der CT-Test. Oh, ist Safety M4? Wetter, wetter, wetter. Wetter, wetter, wetter. Nein, ich möchte ja. Ok, sehr schön. Can I have it please? Nein, Max hat gefragt. Nein, der gibt jetzt Basti, Basti kommt damit mehr klar. Nein, der gibt jetzt Basti, Basti kommt damit mehr klar. Ich muss halt auch mit B auf der Drücken hier. Ja, dann wollen wir noch mit B gehen, ja ok, gut. Soll ich flaschen? Max, du hast Bombe? Ja, aber gib Bombe erst. Und die immer hinschmeißt, man, Leute, um den Wege dauernd. Dann guckst du immer so 3 Meter auf den Boden, man, Alter. 12 Stunden, ey. Los auf, da, pusht euch, Mann. Wir haben, wir haben gehofft. Ja, lol! Einer ist Kiste, einer ist Kiste. Leute, alle pushen! Ja, ich war geflasht, ja. Durch da. Ja, guck Wind, nur bitte. Oh nein, Jonas, die war gut. Kar von Mitte! Ich stell mich grad an, die letzte Ömmel schon wieder, man. Schau, Gott, zwei Leute. Da kamen die Premiums zu Mork auf, du. Ja, guck mal jetzt hier, go, guck mal. Maurice hat die gerne Redden. Mit dem Draw war einer dort, gerade gehockt. Könnte Window kommen. Ja, Windows im Blick. Loll, Mann, der ist, Window, Mann. Der hat die neue, der hat die neue Facts, der Window, ho. Moneybisters, Monkeybisters. Immer noch da. Window, ok. Ja. Wo? Cutters, Cutters. Cutters, heißt das, ja. Loil! Da ist ne AWP, AWP, AWP! Hint da dir. Snipe allerdings. Nenn sie die Kiste und drück E. Hint da. Ja, genau der Mälsack. Wo ist Sniper? Und jetzt lässt sich kaum AWP geben. Der Mälwollte ist da heutzutage. Böse Mälwollte, böse. Jonas, soll ich die droppen? Nein, ich hab gekauft. Böse Mälwollte, du Arschloch! Ich geh long. Sorry. Ja, ich komm mit. Ich geh zwar scheiße für long, aber ist egal. Das Peak ist Aua, das hab ich gehört. Sorry. Asti, Alter. Schraub nicht so rum wie so'n Hodenkrebs, Mann. Man, man geht einfach raus. Ja, Mann, Yolo, Mann. Soll ich lass mich mal. Jonas, pickbamme, ich komme. Pickbamme, schnell. Los, komm, zack. Ja, komm. Warte, ich made car. Aber nicht geil. Einer war uns bot. Gesehen, Kopf, fett. Hey, was? Cards frei. Ja, Cards frei. Was laber ich für scheiße? Onsport frei, Onsport frei. Los, komm, komm, komm. Hab ich. Ich guck Short, ich guck Short. Hey, warte. Short einmal rein. Short ist einer. Short ist einer aufgefahren. Ja, wegen... Der hat 52 gekriegt. Half-HP. Was hattest du, Anton? Das ist eigentlich auch okay, ne? Auch okay. CT ist einer rübergesprungen zum Mitt... Was wird das denn, Mann? Der hat sich das Schießen aussparen können, Mann. Ich will das, ey. Ja, CT ist nicht mehr. CT. Ja, der kommt wahrscheinlich Short, Mann. Ja, Short. Okay, Short down. Sehr schön. Ja, ich... Der hatte wahrscheinlich nie noch eigentlich ein Spiel oder so. Ja, ich hab den angesiedelt, jetzt, ey. Ja, und ich hab den... Bleib mal... Bleib mal ein bisschen Death-Off-Spot. Was? Nur so lange bis du musst. Okay, Mitte ist jeden Fall 2. Ja, lauf, 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 Basti, lauf. Get ready! Der ist noch on-spot, Mann. Der geht... LOL, wie sieht der denn aus? Super, ist der nice, Mann. Ja, ist halt ne... LOL! Dein Ernst! Wow, great job! Ich hab's gesehen. Das war so mit Absicht, ne? Dankeschön. Max, ich hab das so gesehen, ne? Kann mehr kauf. Ich hab auch mehr als du. Ich hab auch mehr als du. Nein! Max! Ich hab dich genau im Blick auf den Low, ey. Ich hab auf Max seinen Kopf geaimt. Das geb ich zu. Ja, ein Blick schon, aber trotzdem, Mann. Aber ich dachte nicht, dass der Typ stirbt, Mann. Was bist du für'n Low, Mann? Du schießt einfach, Mann. Ja, wenn du deinem Team-Mail den Head gibst, dann stirbt er nicht! Mann! Oh! Was? Mann, wer hat die Flash geschmissen, Mann? Ich hab nie... Jetzt kommt's wieder, Alter. Alter, der wird's da rum gewesen. Alter, ich guck auf die Lunge! Alter, der wird's da rum gewesen. Alter, ich guck auf die Lunge! Ich hab 40 AP, Mann. BAM! Da ist einer! Alter, Anton, was machst du denn da? BAM! M-hm. 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 Nicht Bomber, Anton, Anton! Weg da! Was? Ja, mh. Ja, nein. BAM! BAM! BRRRRRR! H-hm. Nichts, sag. Ich meine, Galenzkummer, nirg ! Ja, viel Dank! Basti spielt jetzt arme, Alter! M-hm! Die Monkeybeers, das sieht schon geil aus, Mann! Sie sind richtig auf wie ne Banane. Wo kommt der? H-Halle in die Ecke! Danke! Ja, genau. Warte, warte ich! Flashen! Ich will... Alter, Basti, was war das, denn? Was? Ah, Anton hab ich zu- Solche Arbeitselfen? Nein, wir haben doch schon... Jetzt haben wir drei ABPs. Ja, man läuft das mal. Hast du diesen drei Shots gesehen, Mami? Anto, hast du die Flaschen-Cutters geworfen? Nein, Max! Ja, ich dachte auch so. Nein, nein, jetzt ist der Flaschmann. Am Anfang, am Anfang. Nein, das war ein Teammate, das war ein Gegner, ja. Der Gegner von uns, warte mal. Ich dachte nämlich... Ja, jetzt hab ich zu spät geguckt, ich weiß nicht, was nach B ist. Da kommt einer, ist einer Split oder sowas rechts. Ich hab die Steps gehört, sehr schön. Soll ich mal so tun, als würde ich mal so Mitte, oder... Oh, einer pusht von hinten schon! Nein, Mann, ich hab ihn nicht drauf. Oh, danke, Mann. Einer hat jetzt die ABP. Ja, los, ich guck hinten, geht auf. Loll! Geht rauf, Mann, ich guck hinten. Basti, geh mit rauf, los. On-Spot! Sehr schön. Moris legen. Moris legen. Ich guck mit den Titeln. Yo, Loha, Lange raus. Beide lang, beide lang. Ja, beide lang. Deiner C20, einer kommt. Eine ABP ist da. Die kommen jetzt, einer pickt. Die ABP guckt, die ABP guckt, Mann. Pass auf. Na, die ABP. Loha, ich hab nicht getroffen. Bleib, Def, Mann. Mann, Bastille, Def! Ach, will ich alle hier? Nein. Nein, das ist gut, Kaptev. Die kommen jetzt, Mann. Ja, das bitte. Ja, danke. Lass mich eins. Ein-Nach-Ansport oben. Ontport. Wo die ABP und schieß. Basti lässt ihn das essen. Nice. Basti lässt ihn das essen. Basti lässt ihn das essen. Ich hab ihn aber noch geheated. Bei der Runde stand ich 1, 4 und dachte mir so, was für Scheiß. Das weißt du? Und jetzt kam das, ey. Ja, ich steh 3, 5, 5, 7 Punkte. Ey. 9, 8, 4. Immerhin, man läuft. Die stehen 9, 9, 8, 6, 12. Achso, 12, 9, 8, 6. Ja, das bloß. Ja, guck mal, ich steh 6, 7, 8, 9. Wenn man so, wenn man so. Ich schloss B. Ich schloss B. Ja, ich schloss B. Einer guckt, glaub ich. Oder kommt hoch, kommt hoch, glaub ich. Einer kommt hoch, Leute. Ja, was heißt denn hoch, Mann? Ja, der ist Mitte. Ja, Mann, der ist Mitte. Ja, was heißt denn hoch, Basti? Hab ich doch gesagt, Ruh. Ja, was heißt hoch? Der kann überall hochkommen. Man, ja, Basti hat, guckt halt auf Mitte. Ja, woher sich denn einer schaut. Ja, einer schaut mit AWP, guckt. Ja, pick da nicht, pick da nicht, Mann. Warte, der flasht. Ah! Dass da noch nicht. Nice shot, Jonas. Ich geh mal Long, okay. Einer geht Short, einer geht Cutters, einer geht Long. Der ist unten, mal kiesste was hinter dir. Ja, was ist denn, ja? Ja, er verreckt einfach nicht. Ach so, ja. Der ist on-spot jetzt, der eine. Ja, aber ist on-spot. Erstmal kümmert ihn nur der hier, Mann. Und einer ist noch short, die Arme. Manchmal versteh ich auch diese Engine. Doch, ruhig. Das ist halt ruhig. Also wenn ihr auf der 60 FPS habt, dann kriegt er ja Krebs, ey. Ich glaube, Jonas hat die Taste zum 180 Grad drehen belegt. Ja, das ist halt... Das ist halt ne, hier... Wie nennt man das nochmal? Aim-Lock, ne? Durch die Wände auf die Models. Ruhig. Seid doch ruhig. Seid doch ruhig. Es geht mir zurück zu Cutters geguckt, weil genau auf den, Mann. Seid doch ruhig. Seid doch ruhig. Ich interview' euch, Mann. Oh, oh. Jetzt durch die Smoke, komm, durch die Smoke. Ja, okay. Stell dich in die Smoke, Mann. Stell dich in die Smoke, Mann. Stell dich in die Smoke und schieß' durch. Mach doch save. Oh, oh. Ja, komm, du hast aber bestimmt so nen Hack, dass du keinen nicht geflasht wirst. Sleid! Sleid! Was ist das für dich? Ja, ich hab dich gar nicht konzentriert. Du bist so Eim, Alter. Oh Gott, du bist so auf dem. Ja, ist doch so... Was machst du denn noch nicht? Anton, you need a weapon, hier! Ja, Pizze, hier ein Reflag. I need a weapon. I need a weapon. I need a weapon in the end of the night. Uuuuuh. und er hat er noch die die Begriffe sie wird es keiner beendet ja abtragsbombe wird und wird gut ist und das am Arsch noch verantwortlich keiner auf die jetzt man die in den Arm an die Städtische und soll einer saufung durch wie geht das zwei sind long ja nur ein Riesenheit der Schortstand einer Art Wartner 2 Da steht noch eine A-Spawn und zwei Long, das heißt B ist Clear. Eine AWP mindestens. B ist Clear, Mann. Wer hätt's gedacht, Alter. Wer hätt's gedacht. Ja, Mann, in Zeit wo ich konzentrier' ich mindestens eine AWP. Ja, ist egal. Ich hab Rasierer. Ich hab Cutters. Ich hab Rasierer, ich hab Cutters. Cutters. Duck dich das AWP vielleicht. Warte. Boah, auf jeden Fall. Äh, von Window kommt. Oder Dorr. Ja, Dorr, A-V, Dorr, A-V. Cutters ist noch einer. Wind, 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 Wind. Nimm die AWP und Cutters Letzter. Nimm die AWP, Cutters Letzter. Nimm die AWP, Cutters Letzter. Nimm die AWP, Cutters Letzter. Ich hab ne AWP. Ich denk mir so Echos zu nützt. Mit links gezügt um die Ecke. Kann ey, helft der AWP oder... ... oder äh... ... oder mit dem Hedgefix. ... oder äh... ... drop so... ... äh... ... äh, Maurice, drop mir mal bitte. Was dann? Nee, AWP warst du hier? A-V oder so. Nee, 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 nee. Liegt, liegt, liegt. 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 Ja, liegt. Wo denn? Wo denn? Ja, der läuft da vorbei. Am Sack liegt's. Ja, los, Pushy Schlampen, Mann. Wir pushen Schlampen hart. Friss mein Sack! Alter, wie schnell kann man denn da hinkommen, Mann? War das ja nicht für ne geiles Splash oder was? Alter, die haben ne AWP, Mann. Ja, ich guck wie das hinten, Mann. Ich ritt euch wieder den Arsch. Achso, achso. Oh. Mach mal CT weg. Leute, er war drinnen. Oh, 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 oh. Hurenkind mit einem... Ja, los, komm, wir gerufen. Hinter der Ecke, hinter der Ecke. Er weiß es. Hinter der Ecke, Dev. Kleine Schlampe, Alter. Bisschen gestorben, Basti. Hinten, oben, rechts. Hinten, oben, rechts. Hinten, oben, rechts. Hinten, oben, rechts. Einer, einer, einer kommt so lang, Mann. Locker. Halt die Schnauze. Hinter euch, wahrscheinlich. Und dann halt's Maul. Das hier wird jetzt. Jawohl, jetzt sterb bitte nicht, Mann. Ja, was macht der denn für mich? Das heißt immer noch... Der hat sich locker gemütet. Loll. Der wird Lola fangen. Du Lola... Wo warst du denn, Mann? Ich hab die nicht gesehen. Ja, du musst doch auch von ihm geholt, du Lola. Ja, ja, ich hab vorher ne AWP gefacet mit Low HP. Was hast du gemacht? Du bist LOW HP. Das gibt mir. Moment, hier, Maurice. Morisa. Ja, ich hab ne AWP mit Low HP schon gepickt. Ja, ich hab ne AWP mit Low HP gefacet und bin gestorben. Wir gehen jetzt nicht mehr long, Mann. Wir gehen jetzt schon mal. Wir gehen jetzt schon mal. Ich mag den E. Zwei B. Puhuuu. Uuuu Colors. Das voll ist... Gleichrechts, Max. Einer ist noch Katast... äh, Katast... äh B gegangen. Mit über Mitte. Die haben dann zögert. Dann sind jetzt drei B insgesamt. Ich werde jetzt mal nicht P auf den Hand. Er weiß es! Deine Mutter weiß es nicht. Könnt ihr einmal die Fresse als zwei kommen long, danke. die sind rausgegangen hinten ja Bombe ist halt On-Spot, Mann ja, Maurice Plainfield Short noch ne ganz kurze Frage, was gehst du eigentlich Long wenn Short angesagt ist? ich höre ich nicht oh fuck oh fuck oh fuck oh shhhhh shhhh shhhhh surround oh fuck was hast du mir zuge... ach warte kannst du mir hoch das war sehr aufhinxsinn was hast du mir zuge-gekobt Cro 이야기 Alter wenn du mich jetzt nicht geputscht hattest hättest du mich gekriegt whoever보 axis ja ich hab ne AOG wir trellecken damit man zu Basti, da ehm mio Basti und deine Waffen weg an่umaan Ja hier was, die kannst du doch gut, ne? Anton, wie zum Verrecken hast du mehr Punkte, man? Ich hab mehr Kills, genauso viele Tode und ein MVP mehr. Der ist guter wie du, Alter. Der ist gute Rare. Der ist gute Rare. Aber AUG kann ich nicht, ich kann nur SG. Was, ich kann nur SS. Meine Initialen sind übrigens SM, ne? Was, den Mann aus? Das ist ja von deinem Vater, aber okay. Könnte ich nicht ausrass. Die Giant von einem aus meiner Klasse sind AHA. AHA? Ja du weißt schon wie ich denn meine... FLASH BITTE! Oh, Max, du hast mir grad das Leben gerettet. Ja den AHA, du fühlst mich. AHA! Alter ist echt nicht so gut, Mann. Alter ist echt nicht so gut, Mann. Ja, Mann, wenn die mir alle nichts wie wir haben, kann ich doch nichts, Mann. Guck dir doch mal was in die... AHA! 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 Ich bin halt in F's und ich renn dir rein, wer deine Mutter ganz schön ist, sagt. Mann, ja, mein Jammer! Komm her, ihr Headshot für 90 over 5000 Meter, Mann! Wir waren ein Dreischuss und ein Headshot, hör auf, bleib stehen! Fick dich, du hast mich getroffen, Mann! Ja, wir haben gesagt, bleib stehen! Du... Du... Danke, Fick! Danke, Fick! Diese Runde... Ich hab mir jetzt ne wichtig... Ne, wer... Ihr habt mich geblockt, ihr Arschgeil! Oh, oh! Zwei... Der Bruder hat da in den Sack geblockt, Mann! Hallo, Mori! Ich hab zwei... Du bist direkt mit zwei AP! Ich hab zwei AP! Ich hab zwei AP! Na? Nimm dir das Tisch! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Kommt der Kitten! Mit zwei AP! Kannst du den hinten decken, Basti? Ich kann auch nicht... Ich kann auch nicht... Mori, es kommt grad nichts, hab ich gehört! Guck schon! Ja, ich hab... Ich hab zwei AP! Long! Pit! 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 Down! Throwing Blade! Wär zu schade gewesen! Mori! Runter mit zwei AP! Was geht ab? Irgendwo ist der wirklich so... Ich hab zwei AP! Oh, was? Ich hab ne Deal für dich! Knies! Ah, er ist short! WTF? Der hat AWP gepickt! Der geht jetzt... Der geht short zurück! Jetzt... Rat mit Knie! Knies! Ja, also... Mein zwei AP hab ich die Runde geholt! Ich hab grad die ganze Zeit so... So... ...gifasst und mich gedreht, weil ich ein Teamkill machen wollte! So ein richtig coolen... So ein 6 Team! Oh! Free... Free Fick die! Easy Half, wir haben noch zwei Runden, na egal! Max, werfen wir kurz die AUG hoch, bitte! Nein! Dann mach jetzt hier keine Fick-Shots! Oder... Ach, Marc! Das ist gemütet! Oh, du meinst noch zu sagen! Soll ich picken oder willst du ABO? Hä? Mann, was war das denn jetzt schon wieder? Warum? Hat er Hits? Hat er Hits? Ja, low! 30 HP! Was machst du da eigentlich? Ja, ist nur noch einer auf B-Sport-Rend draus, der hat 30 HP! Ja, was kannst du mir die Bombe machen? Weil ich vorrenne! Du hast halt ne AWP, aber interessiert uns scheinbar keinen! Anton pusht halt mit ne AWP! Einer hast du Mitte! Ich hatte Tech-Nein, Mann! Ja, ich guck Mitte, warte! Basti, guck... Der Typ chillt hier aber auch! Mach einer mit! No, Mann, was ist los? Anton, hier! Nein! Der Typ chillt aber auch nicht sonst was! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Basti! Hör doch mal auf damit! Ey, Basti, ganz ehrlich, ne? Mach weiter so, dann kriegst du einen Minuspunkt und ich komm näher an dich rein! Ja, einen Kill noch, Max! Vier Elkel! Ich dachte, du hast noch was für Elkel! Wir haben vier Elkel! Ja, Max kann nächste Runde nicht verkaufen, wenn wir jetzt verlieren! Das war übrigens letzte Runde, der weißte, ist ja halt Rille, Mann! Was hast du da gerade? Ich bleib def, ich bleib def! Ich hab grad eine Full-Nate gekriegt, wenn ich jetzt wär! Aber scheinbar nicht! Okay, ich bleib wieder hinten, Def! Einer steht da! Äh, warte! Geht einfach nicht vor, ich mach es! Was? Ich hab voll reingekriegt! Komm, duck dich, duck dich, duck dich! Oh mein Gott! Die haben übrigens ne AWP, ne? CT oder so steht die! Gott, ich bockt! Hier, bitteschön! LOL! Der Short war noch nicht tot! Echt, oh! Oh, Short, Alter! Weil Buster den getrunken hat, dachte ich, der war im Short, komm! Long, 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 long! Ich hab... ABP, immer noch CT, wahrscheinlich! Äh, nein! Long und Short! Nein, Long und Short! Oh! Wurde jetzt aber auch schon aufgelistet... Was sie... Guck mal, Long, Mann! Schieß mal, man! Long ist ABP, sei... Ja! Halt, aber ich klappe! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich ganz klar war! Zeile jetzt! Spann, was sie muss! Klatschen hier! Was sie jetzt schießen müssen? Auf Linksklick! Schieß einfach! Schieß mal! Schieß! Ja! Und er geht da den Weg, Mann! Ja, Mann! Wurde! Wurde! Dieser halbe Ruhe ist der T-Rotter! Very good! Yes! Yes! Reis! Come back, Israel! Ja! It is a T-Map! It is a T-Map! Wie will notiete! Ich gehe mit Jonas B! Habe ich gehört! Ich gehe auf den Mitte... Und Rush dann den CT-Spawn! Hahaha! Okay! Alles sind mit einer... So! Hab's! um er war ruhig zu erledigt aber um ein Messer rein das wahrscheinlich haben wir auch noch 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 nie hat das was da war ich habe ein paar vorliegen die die Leider die Begründung der die neue Dinge dieser Lutscher Jonas Hopfers nie Basti, wir kniefen. Ja, der letzte ist auch. Don't kill him. Don't kill him. Warum? Was? Ja, guck mal. Alter, Max. Sag ich schon, Max, weil du so low bist. Hast du behindert? Max Reaktion? Max Reaktion, obwohl ich das nicht gekriegt habe. Hat schon, hä? Das ist ja kein Dreischuss. Ich nehme jetzt den Schalter im Farb. Okay, los. MlG 360 War nicht richtig. Tan! So mögen wir das in Russland. OB! Oh shit, da wurde ich aber hot to rush. OB, oh shit, oh yeah. Einer ist lower. Mit Tag 9 geht wieder hoch. Noch einer ist lower. Mit Tag 9 geht wieder hoch, ja und jetzt geht er wieder hoch. Einer guckt jetzt low aus. Wo ist einer guckt lower? Neu, Anton. Ja, steh doch hinter mir, Anton. Ich bin sicher, aber ich wollte ihn halt beber. Bombe down, B-Spot. Hä? Endlich kein Schaden, okay. Anton, ich warte, du bist schon tot. Der hat 55 Schaden genommen. Er soll hinter die Kiste gehen und... Nein, er kommt 100 Co hinter dem, wenn wir in diese Runde so... Geh doch einfach hinter die Kiste und so... Ups. Wie kann der denn hinter ihm jetzt kommen? Indem er lower cutters rausgeht? Und dann... Weißt du, aber... Von denen gibt's kein Kindergeld! Was bist du denn? Fuck! Er kennt ihn, Alter! Anton... Er holt sich! Weißt du, Anton schießt einfach nicht, weißt du? Anton so... Wie, Anton schießt einfach die Schnauze, aber Ace. Pass auf, Mann! Du stirbst bevor du einmal geschossen hast! Pass auf, MLG, 360, Flashbang, Hit, Directed Shot! Directed Shot! 360! Headshot! Leute? Ja, Ace Erster... Ace Zweiter... Headshot! Headshot! Null. Alter, du Killstealer, Mann! Kla... Lower cutters! Lower cutters! LUL! Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Die sind denn Katastrophen! Einer kommt jetzt auf B und Spont! Du, du kleiner Ace, Sida, ne? Du kleiner Ace, Sida, Alter! Du, 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 du... Machst! Max! Ja, das ist ein Doppeldorf rein! Doppeldorf rein! Was, die links, Moris! Ja, ich mach's doch! So low! Nein, unten links, ja jetzt... Jetzt kommt der Endpost, Alter, der Endpost zerfickt alles! Moris ist so schlecht, weil das ist echt armselig! Jetzt push doch auf! Mach ich doch! Mach ich doch! Und das war's denn für die Folge, würde ich sagen! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Und das war's denn für die Folge, würde ich sagen! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Ich schüff gerade so zu Max und Sida... Jonas, würden Sie bitte noch Tschüss sagen? Tschüss! Tschüss! Tschüss!